Einleitung Die vier edlen Wahrheiten stellen die eigentliche Grundlage der buddhistischen Lehre dar und sind daher außerordentlich wichtig. Wenn man die vier edlen Wahrheiten nicht verstanden und die Wahrheit dieser Unterweisung nicht selbst erfahren hat, ist es praktisch unmöglich, den Buddha Dharma, das heißt die Unterweisungen Buddhas, anzuwenden. Ich freue mich deshalb jedes Mal, wenn sich die Gelegenheit bietet, sie zu erklären. Im Allgemeinen bin ich der Ansicht, dass alle großen Religionen den Menschen potenziell von Nutzen sind und dass sie feine Menschen hervorbringen können, Menschen mit einem guten, mitfühlenden Herzen. Ein Wechsel der Religion kann allerdings zu emotionalen und intellektuellen Schwierigkeiten führen. Deshalb sage ich immer, dass es besser ist, der eigenen Religion zu folgen. England ist beispielsweise ein traditionell christliches Land und es könnte für die Menschen hier besser sein, der christlichen Religion zu folgen. Es gibt aber auch Menschen, die mit der eigenen religiösen Tradition wenig anfangen können genauso wie es Menschen mit radikal-atheistischen Anschauungen gibt. Für sie könnte die Art und Weise, wie die Dinge im Buddhismus erklärt werden, interessant sein. Und dann ist es sicher auch gerechtfertigt, dem Buddhismus zu folgen. Im Allgemeinen denke ich, dass es besser ist, wenn der Geist mit religiösen oder geistigen Dingen vertraut und nicht vollkommen ungeschult darin ist. Wenn sich also jemand wirklich stark von den Anschauungen und der Art der Schulung des Geistes im Buddhismus angesprochen fühlt, ist es außerordentlich wichtig, dass sie oder er zuerst gründlich darüber nachdenkt. Erst wenn man zu der Überzeugung gelangt ist, dass dieser Weg für einen selbst wirklich geeignet ist, sollte man ihn als die eigene, persönliche Religion betrachten. Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt, ist der folgende. Wenn wir uns einer neuen Religion zuwenden, neigen wir dazu, unsere frühere oder die traditionelle Religion unseres Landes zu kritisieren und für unzulänglich zu erklären, um unsere persönliche Entscheidung zu rechtfertigen. Das liegt in der Natur des Menschen, ist aber nicht richtig. Denn erstens ist noch lange nicht gesagt, dass eine Religion, die man für sich selbst ungeeignet findet, für Millionen anderer Menschen ebenfalls ungeeignet oder wertlos ist. Da wir allen Menschen gegenüber mit Respekt begegnen sollten, müssen wir auch die verschiedenen religiösen Systeme respektieren, denen andere folgen. Darüber hinaus hat die frühere Religion, der man angehörte, das gleiche positive Potenzial wie alle anderen Religionen auch, nämlich, bestimmten Menschen von Nutzen zu sein. Ganz offensichtlich haben die Auffassungen des Christentums auf viele Menschen eine größere Wirkung als die des Buddhismus. Es hängt von den geistigen Voraussetzungen des Einzelnen ab. Daher sollten wir dieses Potenzial in jeder Religion respektieren und auch jene Menschen, die diesen Religionen folgen. Zweitens werden wir uns der Vielzahl unterschiedlicher religiöser Systeme und Traditionen bewusst und viele Menschen bemühen sich heute um eine echte Harmonie unter ihnen. Ein Beispiel dafür ist die interreligiöse Zusammenkunft über Religion und Natur in Assisi 1986. Ich denke, dass es immer mehr interreligiöse Vereinigungen geben wird und dass religiöser Pluralismus allmählich Fuß fassen wird. Das finde ich sehr ermutigend. In einer Zeit, wo Menschen sich in vielen Bereichen um ein echtes Verständnis der Religionen untereinander bemühen, könnte unsere Kritik unserer früheren Religion mehr Schaden als Nützen. Aufgrund solcher Überlegungen sollten wir deshalb anderen Religionen gegenüber eine respektvolle Einstellung beibehalten. Ich wollte diese Gedanken vorausschicken, denn wenn ich mit den Erklärungen über die vier edlen Wahrheiten beginne, werde ich behaupten und begründen, dass die Auffassungen im Buddhismus die besten sind. Und wenn Sie mich fragen würden, welche Religion für mich persönlich die beste ist, würde ich ohne zu zögern antworten, der Buddhismus. Aber das heißt nicht, dass es für jeden anderen auch die beste ist. Ganz sicher nicht. Wenn ich daher im Verlauf der Erklärung sage, dass ich den Weg des Buddhismus für den Besten halte, sollten Sie das nicht missverstehen. Außerdem möchte ich betonen, dass ich nicht einfach aus Höflichkeit oder Diplomatie sage, alle Religionen hätten ein großes Potenzial. Es können nun einmal nicht alle Menschen Buddhisten sein. Das ist offensichtlich, ob es uns gefällt oder nicht. Und ebenso können nicht alle Menschen Muslime oder Christen sein. Auch zu Lebzeiten Buddhas wurden durchaus nicht alle Inder-Buddhisten. Das sind Tatsachen. Ich habe nicht nur Bücher über andere Religionen gelesen, sondern bin auch wirklichen Praktikern anderer Religionen begegnet. Wir haben über tiefe, spirituelle Erfahrungen gesprochen, ganz besonders über die Erfahrung von liebender Güte. Und ich habe gespürt und gesehen, wie echt und stark diese Einstellung in ihrem Geist verankert ist. Ich schließe daraus, dass diese Religionen das Potenzial haben, ein gutes Herz zu entwickeln. Es geht nicht darum, ob wir die philosophischen Anschauungen anderer Religionen persönlich mögen oder nicht. Für einen Nicht-Buddhisten mag die Vorstellung von nachfolgenden Existenzen und einem Zustand, der Nirvana genannt wird, vielleicht absurd klingen. Buddhisten wiederum erscheint die Idee von einem Schöpfergott unlogisch. All das ist jedoch im Grunde genommen unwichtig. Denn in Wirklichkeit geht es darum, dass ein Mensch mit negativen Eigenschaften durch die Herangehensweise dieser unterschiedlichen Traditionen und Systeme zu einem guten, positiven Menschen werden kann. Das ist der eigentliche Zweck einer Religion und auch das Ergebnis der Anwendung von Religion. Schon allein deswegen sollte man andere Religionen respektieren. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einen letzten Punkt ansprechen. Wie Sie vielleicht wissen, hat Buddha auf verschiedene Art und Weise gelehrt. Und so gibt es innerhalb des Buddhismus verschiedene philosophische Systeme, wie zum Beispiel die Vaibhashika-Schule, die Sautrantika-Schule, die Chittamatra-Schule und die Mathiamika-Schule. Jede dieser Schulen beruft sich auf Aussagen Buddhas in den Sutras. Nun könnte man denken, dass der Buddha, wenn er die Dinge auf so unterschiedliche Art und Weise erklärt hat, wohl selbst nicht so genau Bescheid wusste. Aber das ist keineswegs der Fall. Vielmehr kannte Buddha die unterschiedlichen geistigen Voraussetzungen seiner Schüler und dem trug er Rechnung. Der einzige Grund, aus dem eine Religion erklärt werden sollte, ist der, den Wesen zu nützen, nicht berühmt zu werden. Und so lehrte Buddha immer so, wie es für die jeweiligen Zuhörer mit ihren spezifischen Voraussetzungen am nützlichsten war. Das zeigt, wie sehr Buddha Shakyamuni selbst die Auffassungen und Rechte des Einzelnen respektierte. Eine Unterweisung mag äußerst tiefgründig sein. Aber wenn sie für eine bestimmte Person nicht geeignet ist oder ihr nicht entspricht, was nützt sie dann? Der Dharma lässt sich mit einer Medizin vergleichen. Der Zweck der Medizin ist es, Krankheiten zu heilen. Der Preis ist dabei nicht ausschlaggebend. Eine Medizin mag noch so kostbar und teuer sein. Wenn es für die Krankheit des Patienten nicht die richtige ist, kann sie ihm nicht helfen. Da es auf der Welt die unterschiedlichsten Menschen gibt, werden auch unterschiedliche religiöse Systeme benötigt. Nehmen wir ein Beispiel. Anfang der 70er Jahre zeigte ein indischer Ingenieur ein starkes Interesse am Buddhismus. Er wurde sogar Mönch, war sehr aufrichtig und ernsthaft und überdies ein angenehmer Mensch. Eines Tages erklärte ich ihm die buddhistische Auffassung von der Nicht-Existenz eines Selbst oder einer Seele, was man als Anatman bezeichnet. Es erschreckte ihn dermaßen, dass er am ganzen Körper zu zittern begann. Wenn es keine unvergängliche Seele gibt, so meinte er, dann fehle etwas Grundlegendes. Es war nicht leicht, ihm die Bedeutung des Nicht-Existierens einer Seele zu erklären. Erst Monate später verlor er nach und nach seine Angst. Für einen Menschen wie ihn ist es geeigneter, sich auf eine Unterweisung zu verlassen, die die Existenz einer Seele oder des Atmen bekräftigt. Wenn wir uns all dessen bewusst sind, ist es sehr leicht, auch andere Religionen und Traditionen als nur die eigene zu respektieren und wert zu schätzen. Grundprinzipien des Buddhismus Wenn ich Unterweisungen über den Buddhismus gebe, ist es mir immer wichtig, sie im Hinblick auf zwei grundlegende Prinzipien zu geben. Das erste ist die abhängige Natur der Wirklichkeit. Die gesamte buddhistische Philosophie beruht auf einem Verständnis dieser grundlegenden Wahrheit. Das zweite Prinzip ist das der Gewaltlosigkeit. Das heißt, die Handlungsweise eines Dharma-Praktikers, der ein Verständnis der abhängigen Natur der Wirklichkeit hat. Wir sollten unser Bestes tun, um anderen zu helfen und wenn das nicht möglich ist, ihnen wenigstens keinerlei Schaden zufügen. Das ist die eigentliche Bedeutung von Gewaltlosigkeit. Bevor ich nun die vier edlen Wahrheiten erkläre, schlage ich vor, dass wir uns kurz mit dem Hintergrund dieser beiden Grundprinzipien befassen. Zufluchtnahme und Erzeugen von Bodhichitta Als erstes möchte ich diese beiden Prinzipien mit ihren traditionellen buddhistischen Begriffen einführen. Buddhist wird man, wenn man in sich eine Einstellung der Zufluchtnahme zu den drei Kostbarkeiten entwickelt und Bodhichitta, die altruistische Einstellung des Geistes, die als Erbarmen bezeichnet wird, unser gutes Herz also, im eigenen Geist erzeugt. Die drei Kostbarkeiten sind Buddha, Dharma oder die Unterweisungen Buddhas und Sangha oder die Gemeinschaft derjenigen, die den Dharma praktizieren. Es ist offensichtlich, dass die Motivation, anderen zu helfen, das eigentliche Anliegen sowohl der Zufluchtnahme wie auch des Bodhichitta ist. Das Erzeugen von Bodhichitta, dem Geist der Erleuchtung, umfasst Handlungen, die ganz ausdrücklich auf das Wohl der anderen ausgerichtet sind und zu denen man sich verpflichtet. Die Zufluchtnahme bildet die Grundlage, auf der ein Anwender einem reinen ethischen Verhalten folgt, Handlungen, die anderen schaden, vermeidet und das Gesetz des Karma respektiert. Solange uns die grundlegende Erfahrung der Zufluchtnahme zu den drei Kostbarkeiten fehlt, sind wir nicht in der Lage, echtes Bodhichitta zu entwickeln. Ob jemand also ein Dharma-Praktiker, das heißt ein Buddhist ist, oder ein Nicht-Buddhist, hängt davon ab, ob diese Person Zuflucht zu den drei Kostbarkeiten nimmt oder nicht. Wenn vom Zufluchtnehmen die Rede ist, sollte man sich allerdings nicht einfach ein Ritual vorstellen, in dessen Verlauf jemand formell bei einem Meister Zuflucht nimmt. Noch, dass man durch die bloße Anwesenheit bei einer solchen Zeremonie Buddhist wird. Es gibt ein Ritual, aber allein bewirkt es gar nichts. Man muss durch eigenes Nachdenken, sogar ohne die Hilfe eines Meisters, zu der Überzeugung gelangen, dass Buddha, Dharma und Sangha die letzten gültigen Objekte der Zuflucht sind. Dann kann man sich als Buddhist bezeichnen. Man vertraut das eigene geistige Wohl den drei Kostbarkeiten an. Das ist die wahre Bedeutung des Zufluchtnehmens. Wenn man jedoch Zweifel an der Gültigkeit der drei Kostbarkeiten als letztliche Objekte der Zuflucht hat, hindert einen dieser Zweifel oder dieses Misstrauen daran, ein praktizierender Buddhist zu sein. Wenigstens in diesem Augenblick, obwohl man vielleicht bei einer Zufluchtszeremonie anwesend war. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, was mit den Objekten der Zuflucht eigentlich gemeint ist. Wenn wir in diesem Zusammenhang von Buddha sprechen, sollten wir unser Verständnis dieses Begriffs nicht auf die historische Persönlichkeit beschränken, die in Indien auftrat und eine bestimmte spirituelle Lebensart lehrte. Vielmehr sollte unser Verständnis von Buddhaschaft auf Stufen des Bewusstseins basieren oder Stufen spiritueller Erkenntnis und Verwirklichung. Buddhaschaft ist ein Zustand des Geistes. Deshalb kann man auch von vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Buddhas sprechen, wie es in den buddhistischen Schriften der Fall ist. Als nächstes erhebt sich die Frage, wie ein Buddha entsteht. Wie erlangt man Erleuchtung? Wenn wir über Buddhaschaft nachdenken, taucht zwangsläufig die Frage auf, ob es für eine Person überhaupt möglich ist, einen solchen Zustand zu erlangen, Erleuchtung zu erlangen, ein Buddha zu werden. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir den Dharma besser verstehen. Das ist der Schlüssel. Wenn es den Dharma gibt, gibt es auch den Sangha. All jene, die die Richtigkeit dieses Weges erkannt haben, sich auf dem Weg des Dharma befinden und ihn verwirklicht haben. Und wenn es im Sangha solche gibt, die einen Geisteszustand erlangt haben, in dem wenigstens die groben Schichten von Negativität und leidvollen Emotionen überwunden sind, dann können wir uns vorstellen, dass es vielleicht auch möglich ist, einen Zustand zu erlangen, in dem Negativität und leidvolle Emotionen vollständig beseitigt sind. Ein solcher Zustand wird als Buddhaschaft bezeichnet. Man muss zwischen dem Begriff Dharma als einem Oberbegriff und dem Ausdruck Dharma im Zusammenhang mit den drei Kostbarkeiten unterscheiden. Als Oberbegriff bezieht es sich auf den Dharma der Schriften, das heißt die Unterweisungen Buddhas, und den Dharma der Erkenntnisse, die auf der Anwendung dieser Unterweisungen beruhen. Im Zusammenhang mit den drei Kostbarkeiten hat dieser Begriff zwei Aspekte. Den Pfad, der zur Befreiung von Leid führt, und die Befreiung selbst. Nur wenn man versteht, was mit wahrer Beendigung und was mit dem Weg, der dorthin führt, gemeint ist, versteht man, was als Zustand der Befreiung bezeichnet wird. Abhängiges Entstehen In den Sutras erklärte der Buddha verschiedentlich, dass jemand, der die abhängige Natur der Wirklichkeit erkennt, den Dharma sieht, und wer den Dharma sieht, sieht den Buddha. Die umfassende Bedeutung dieser Aussage erschließt sich uns am vollständigsten, wenn wir sie aus der Sicht der Matyamika-Schule des Meisters Nagarjuna betrachten. Wollten Sie mir eine gewisse Voreingenommenheit für Nagarjuna vorwerfen, würde ich Ihnen nicht widersprechen. Nagarjuna zufolge gibt es hier drei Bedeutungsebenen. Das Prinzip des abhängigen Entstehens in Sanskrit Pratitya Samudpada, das allen buddhistischen Schulen gemein ist, wird erstens hinsichtlich kausaler Abhängigkeit verstanden und erklärt. Pratit bedeutet von etwas abhängig sein, und Samudpada bezieht sich auf Entstehen oder Bestehen. Dieses Prinzip besagt, dass alle bedingten Objekte und Ereignisse in diesem Universum nur als Resultat des Zusammenwirkens verschiedener Ursachen und Umstände entstehen. Diese Aussage ist deshalb so bedeutsam, weil sie zwei Möglichkeiten von vornherein ausschließt, nämlich zum einen die Möglichkeit, dass Dinge aus dem Nichts entstehen können, ohne Ursachen und Umstände, und zum anderen, dass sie durch einen transzendentalen Schöpfer zum Entstehen kommen. Beide Möglichkeiten werden verneint. Zweitens kann Abhängiges Entstehen unter dem Gesichtspunkt eines Ganzen und seiner Teile verstanden werden. Alle materiellen Objekte können als aus Teilen zusammengesetztes Ganzes verstanden werden, und der Gedanke, dass es etwas Ganzes gibt, ist vollständig von der Existenz von Teilen abhängig. In der materiellen Welt ist diese Abhängigkeit ganz offensichtlich. In ähnlicher Weise können immaterielle Phänomene wie beispielsweise das Bewusstsein hinsichtlich der Kontinuität der aufeinanderfolgenden Augenblicke, aus denen sie bestehen, verstanden werden. Basierend auf den aufeinanderfolgenden Augenblicken, aus denen sich ein Kontinuum zusammensetzt, haben wir die Vorstellung von etwas Ganzem. Wenn wir diese Gesichtspunkte bei der Betrachtung des Universums berücksichtigen, sehen wir, dass nicht nur jedes bedingte Phänomen in abhängiger Weise entsteht, sondern dass alle Phänomene in dieser Weise entstehen. Drittens kann abhängiges Entstehen folgendermaßen verstanden werden. Alle Dinge und Ereignisse entstehen einzig durch das Zusammenkommen der Faktoren, aus denen sie sich zusammensetzen. Wenn man sie analysiert, indem man sie im Geist in ihre Bestandteile zerlegt, sieht man, dass alles nur abhängig von seinen Faktoren entsteht. Nichts existiert aus sich selbst heraus in unabhängiger Weise oder mit einer eigenen, innewohnenden Identität. Egal, welche Identität wir den Dingen geben, sie ist immer von der Wechselwirkung zwischen unserer Wahrnehmung und der Wirklichkeit selbst abhängig. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht existieren. Buddhismus ist nicht nihilistisch. Die Phänomene existieren, aber sie besitzen keine unabhängige, eigenständige Identität. Wenden wir uns wieder der Aussage Buddhas zu, dass man durch das Verständnis des abhängigen Entstehens den Dharma sieht. Sie hat ebenfalls drei verschiedene Bedeutungen, die den drei zuvor beschriebenen Bedeutungsebenen des abhängigen Entstehens entsprechen. Erstens können wir den Dharma in Bezug zur kausalen Abhängigkeit verstehen, der ersten Bedeutungsebene des abhängigen Entstehens. Wenn wir die abhängige Natur der Wirklichkeit im Hinblick auf Ursache und Wirkung wirklich verstehen, erschließt sich uns auch die Funktionsweise des Karmas oder des karmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung, das unser menschliches Handeln bestimmt. Dieses Gesetz erklärt, dass unsere Erfahrungen von Schmerz und Leid das Ergebnis negativer Handlungen, Gedanken und Verhaltensweisen sind und dass positive Erfahrungen wie zum Beispiel Glück und Freude das Ergebnis von positiven Ursachen und Umständen sind. Ein wirkliches Verständnis des abhängigen Entstehens im Sinne der Abhängigkeit von Ursachen führt zu einem grundlegenden Verständnis der Natur der Wirklichkeit. Wenn wir erkennen, dass alles, was wir wahrnehmen und erfahren, Resultat der Wechselwirkung und des Zusammenkommens von Ursachen und Umständen ist, verändert das unsere Sicht der Dinge vollständig. Unsere Einstellung den eigenen inneren Erfahrungen wie auch der Welt im Großen und Ganzen gegenüber verändert sich, weil man alles unter dem Gesichtspunkt des Kausalitätsprinzips zu sehen beginnt und man ist in der Lage, das eigene Verständnis des Karmas in diesen Rahmen einzuordnen, da das Karma-Gesetz, das von Handlung und Resultat, ein Einzelfall des allgemeinen Kausalitätsprinzips, des allgemeinen Gesetzes von Ursache und Wirkung ist. Wenn man weiterhin die beiden anderen Bedeutungsebenen des abhängigen Entstehens versteht, nämlich die Abhängigkeit zwischen Teilen und Ganzem sowie zwischen Wahrnehmung und Existieren, wird sich das eigene Verständnis weiter vertiefen. Man erkennt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Art und Weise, wie die Dinge uns erscheinen und wie sie wirklich existieren. Die eigenständige objektive Wirklichkeit, die irgendwo da draußen zu existieren scheint, entspricht nicht der eigentlichen Natur der Wirklichkeit. Wenn man diesen grundlegenden Unterschied zwischen Erscheinen und wirklichem Existieren erkennt, versteht man die Funktionsweise unserer Emotionen und Reaktionen auf Objekte und Ereignisse besser. Unseren starken emotionalen Reaktionen auf Ereignisse liegt nämlich die Auffassung zugrunde, dass es irgendwo da draußen eine Art eigenständig existierender Wirklichkeit gibt. Auf diese Weise entwickeln wir allmählich ein Verständnis der verschiedenen Funktionen des Geistes wie auch der verschiedenen Stufen des Bewusstseins und erkennen in zunehmendem Maße, dass bestimmte Geistes- oder Gefühlszustände, so wahr sie uns auch erscheinen mögen, sowie Objekte, so echt sie uns vorkommen mögen, in Wirklichkeit nichts weiter als falsche Vorstellungen sind, weil sie nicht in der Art und Weise existieren, wie wir es spontan annehmen. Diese Art des Nachdenkens und Analysierens befähigt uns, das, was im Buddhismus mit dem Ausdruck Ursprung des Leids bezeichnet wird, zu verstehen. Das heißt, jene emotionalen Zustände, die Verwirrung und Missverständnisse erzeugen und den Geist in Unruhe versetzen. Weiter führt solches Reflektieren, gepaart mit einem Verständnis der abhängigen Natur der Wirklichkeit auf der subtilsten Ebene, auch zu einem Verständnis dessen, was als die leere Natur der Wirklichkeit bezeichnet wird und bedeutet, dass Objekte und Ereignisse nur durch das Zusammenwirken vieler Faktoren entstehen und nicht in unabhängiger oder eigenständiger Weise existieren. Unser Verständnis der Leere oder Leerheit wird uns auch helfen zu erkennen, dass Auffassungen, die auf der gegenteiligen Annahme beruhen, nämlich darauf, dass Dinge aus sich selbst heraus und eigenständig existieren, verkehrte Auffassungen sind, da sie sich bezüglich der eigentlichen Natur der Wirklichkeit ehren. Es fehlt ihnen jede gültige Grundlage, sowohl in der Wirklichkeit als auch in unserer eigenen gültigen Erfahrung, während die Auffassung der leeren Natur der Wirklichkeit diese gültige Grundlage besitzt. Dadurch wird allmählich deutlich, dass es sehr wohl möglich ist, einen Zustand des Wissens zu erreichen, in dem falsche Auffassungen vollständig beseitigt sind. Dieser Zustand wird als Beendigung oder Erlöschen in Sanskrit Nirvana bezeichnet. In dem Text Prasanapada, was so viel wie klare Worte bedeutet, sagt der Meister Chandrakirti, wenn man Leerheit postulieren kann, kann man auch abhängiges Entstehen postulieren und damit ebenfalls die ursächliche Beziehung zwischen Leid und den Ursachen von Leid. Stimmt man dem zu, ist die Vorstellung gar nicht mehr abwegig, dass es tatsächlich ein Ende von allem Leid geben könnte. Wenn Leid zu einem Ende gebracht werden kann, so argumentiert Chandrakirti weiter, muss man die Möglichkeit der Verwirklichung dieses Zustandes ebenfalls akzeptieren. Das impliziert weiterhin, dass es Wesen geben muss, die diesen Zustand tatsächlich zur Vervollkommnung gebracht haben, das heißt, dass es Buddhas geben muss. Was ich hier deutlich machen möchte, ist, dass man mit einem wirklichen Verständnis des abhängigen Entstehens die Wahrheit des subtilen Ursprungs von Leid wie auch die Wahrheit der Beendigung von Leid verstehen kann. Das ist die Bedeutung der zuvor erwähnten Aussage Buddhas, dass man den Dharma sieht, wenn man das abhängige Entstehen versteht. Es ermöglicht einem, die Wahrheit der Beendigung wie auch den Weg, der dazu führt, zu sehen. Wenn man diese beiden Wahrheiten versteht, kann man sich auch vorstellen, diese Zustände selbst zu erlangen, sowie dass der Sangha solche enthält, die sie erlangt haben, und dass Buddhas sie vervollkommnet haben. Damit wird das, was Buddhaschaft wirklich ist, immer klarer. Die zwei Wahrheiten Ich denke, es ist nötig, auch mit den zwei Wahrheiten vertraut zu sein, mit der konventionellen oder relativen Wahrheit und der letztlichen Wahrheit, um ein umfassendes Verständnis der vier edlen Wahrheiten zu entwickeln. Denken Sie bitte daran, dass ich aus der Sicht der Matiamikaschule oder der Schule des Mittleren Weges spreche. Die Auffassung von den zwei Wahrheiten ist nicht auf die erwähnte Schule beschränkt. Es gibt sie in anderen buddhistischen Systemen wie auch in einigen nicht-buddhistischen indischen Systemen. Ich werde die zwei Wahrheiten jedoch aus der Sicht der Matiamikaschule erklären. Wie lässt sich ein Verständnis der grundlegenden buddhistischen Lehre von den zwei Wahrheiten entwickeln? Indem man zu verstehen beginnt, wie die Welt unserer alltäglichen Erfahrungen funktioniert, kann man die Welt der konventionellen Wahrheit, in der das Kausalitätsprinzip wirksam ist, richtig beurteilen. Wenn man erkennt, dass die Art und Weise, in der diese Welt existiert, eine konventionelle Art des Existierens ist, begreift man auch, dass sie von leerer Natur ist, was im Buddhismus als letztliche Wahrheit bezeichnet wird. Die Beziehung zwischen diesen beiden Aspekten der Wirklichkeit ist wichtig. Die Welt der Erscheinungen und die letztliche Wahrheit stehen nicht im Widerspruch zueinander, vielmehr ist die Art des Erscheinens der Beweis für die letztliche Wahrheit beziehungsweise die Grundlage, auf der die letztliche Natur der Wirklichkeit etabliert wird. Erst wenn man die Natur der beiden Wahrheiten und ihre Beziehung zueinander versteht, ist man in der Lage, die Bedeutung der vier edlen Wahrheiten voll zu erfassen. Und ein Verständnis der vier edlen Wahrheiten ist eine fehlerfreie Grundlage, auf der man die wirkliche Bedeutung der Zufluchtnahme zu den drei Kostbarkeiten verstehen kann. Fragen an den Dalai Lama Die Frage Was ist der Unterschied zwischen Menschen, die Erkenntnisse erlangen und der Vervollkommnung dieser Erkenntnisse durch die Buddhas? Seine Heiligkeit der Dalai Lama Nehmen wir als Beispiel die Erkenntnis der subtilen Unbeständigkeit und der vergänglichen Natur aller Dinge und Ereignisse. In einer Person, die von der Beständigkeit der Dinge ausgeht, die also die Phänomene als unveränderlich auffasst, wird das Greifen nach Beständigkeit der Dinge zunächst sehr stark sein. Um diesen Griff zu lockern, bedarf es kritischer Überprüfung, die, selbst wenn sie im Geist der Person nur einen schwachen Zweifel bezüglich der Beständigkeit der Dinge erzeugt, doch die Wirkung haben, den Griff dieser Auffassung, dass Dinge unveränderlich und ewig sind, etwas zu lockern. Das reicht allerdings noch nicht. Man braucht weitere kritische Überlegungen, die diese ersten Zweifel an der Unbeständigkeit der Phänomene verstärken. Aber auch das reicht nicht aus. Man braucht eine noch stärkere Überzeugung und diese wird durch ständiges Nachdenken gewonnen, was zu dem sogenannten Verständnis durch Schlussfolgerung führt. Aber auch damit ist der Vorgang immer noch nicht abgeschlossen. Damit dieses Verständnis auch wirklich eine nachhaltige Wirkung auf das eigene Verhalten hat, bedarf es einer direkten Erkenntnis oder Erfahrung der Vergänglichkeit der Dinge, die ihrerseits auch wieder vertieft und vervollkommnet werden muss, weil das Greifen nach Beständigkeit so tief in unserem Bewusstsein verankert ist, dass ein einmaliges Erkennen, eine einmalige Erfahrung von Unbeständigkeit nicht ausreicht, um es vollständig zu beseitigen. Beides muss in einem langen Prozess immer wieder vertieft werden, so lange, bis auch die geringste Neigung nach Beständigkeit zu greifen vollständig beseitigt worden ist. Das gleiche Vorgehen ist bei der Erkenntnis der Lehre oder Leerheit der Phänomene oder irgendeines anderen Prinzips anzuwenden. Nun gibt es auf dem Geistigen Pfad allerdings bestimmte Aspekte, die mehr mit dem Entwickeln eines guten Herzens zu tun haben, als mit Wissenserfahrungen. Zwar braucht man am Anfang ein intellektuelles Verständnis von Mitgefühl oder Erbarmen und natürlich muss man auch eine Vorstellung davon haben, wie es sich entwickeln lässt. Dann bringt man zunächst ein Mitgefühl in sich zum Vorschein, das echtem Erbarmen ein wenig ähnlich ist. Vielleicht ist es Ihnen zum Beispiel möglich, ein gewisses Mitgefühl in sich zu erzeugen, solange Sie zu Hause sitzen und die entsprechenden Überlegungen anstellen. Aber dieses Erbarmen hält nicht lange an und geht auch nicht sehr in die Tiefe. Ihr Wesen ist nicht wirklich von großem Erbarmen durchdrungen. Es ist also nötig, diese Erfahrung weiter zu vertiefen, bis es spontan auftritt und nicht mehr durch intellektuelle Überlegungen herbeigeführt und nachempfunden werden muss. Es sollte spontan und vollkommen ungekünstelt auftreten, wann immer es nötig ist. Solche Erfahrungen von Erbarmen können ebenfalls vertieft werden, bis es umfassend und universell ist. Auch diese Aspekte des Weges ist einem langen Entwicklungsprozess unterworfen. In der traditionellen buddhistischen Terminologie werden diese beiden Aspekte des Weges als Aspekt der Methode und als Aspekt der Weisheit bezeichnet, die beide Hand in Hand gehen müssen. Damit Erkenntnisse vertieft werden können, braucht man als ergänzenden Faktor von der Seite des Methode Aspekts das Bodhicitta, den Geist der Erleuchtung und um Bodhicitta zu verwirklichen, ist die Grundlage der Erkenntnisse nötig. Wir brauchen also eine übergreifende Methode, die Weisheit und Methode verbindet und darüber hinaus auch verschiedene Methoden miteinander verbinden kann. Nehmen wir noch einmal das Beispiel von der Erkenntnis der Unbeständigkeit der Dinge. Obwohl diese Erkenntnis allein die Person bereits in die Lage versetzt, das Greifen nach Beständigkeit zu beseitigen, braucht man in der Praxis weitere zusätzliche Faktoren, mit denen sich diese spezielle Erkenntnis vervollkommenen lässt, weil der Geist von vielen anderen Fesseln gleichzeitig eingeengt wird. Wir greifen nicht einfach nur nach Beständigkeit, wir greifen gleichzeitig auch nach eigenständig existierenden Dingen, wie zum Beispiel nach unveränderlichen oder ewigen Prinzipien und der gleichen. Die Erkenntnis der Leerheit wirkt allen diesen Faktoren gleichzeitig entgegen. Wir beschäftigen uns hier mit einem sehr komplexen Vorgang, nämlich mit der Entwicklung des Bewusstseins einer Person bis zu seiner Vervollkommnung. Frage an den Dalai Lama Könnten Sie ein wenig mehr darüber sagen, was unter Zufluchtnahme zu verstehen ist? Seine Heiligkeit der Dalai Lama Ich denke, das Wesentliche an der Zufluchtnahme ist einerseits die wirklich tiefe Überzeugung, dass der Dharma eine geeignete Methode ist, um Befreiung zu erlangen und zweitens, dass man den tiefen Wunsch hat, eine solche Befreiung zu erlangen. Im Allgemeinen wird Buddha als der Lehrer bezeichnet, der den Weg, die Methode zeigt. Den Dharma bezeichnet man als das eigentliche Objekt der Zuflucht und den Sangha als die Begleiter auf dem Weg. Die Voraussetzung, um Respekt und tiefes Vertrauen in Buddha und Sangha entwickeln zu können, ist daher eine feste Überzeugung in Bezug auf den Dharma. Der Meister Dharma Kirti führt in seinem Kommentar Kompendium der gültigen Erkenntnis eine Reihe von logischen Begründungen an, die die Gültigkeit und Zuverlässigkeit der Tatsache, dass der Buddha ein erleuchteter Lehrer ist, darlegen. Er untersucht die Lehre Buddhas äußerst genau und zeigt auf, dass die Lehre von den vier edlen Wahrheiten zuverlässig ist, weil sie sowohl auf logischen Überlegungen wie auch auf gültiger persönlicher Erfahrung beruht. Der entscheidende Punkt ist hier, dass man zuerst eine Überzeugung von der Gültigkeit oder Wahrheit des Dharma gewinnt und dann aufgrund dessen Buddha als einen richtigen Lehrer erkennt. Nur bei extrem verborgenem Zusammenhängen wird manchmal die umgekehrte logische Begründung angewendet, das heißt, dass die Aussagen Buddhas über solche Phänomene zuverlässig sind, weil er ein zuverlässiger Lehrer ist. Es handelt sich um einen äußerst komplexen Vorgang der Beweisführung. Um ihm folgen zu können, geht man von der eigenen Überzeugung in Bezug auf die Zuverlässigkeit der Unterweisungen Buddhas über die vier edlen Wahrheiten aus, die kritischer Untersuchung standhalten. Wenn man sie kritisch untersucht und als richtig erkannt hat, gewinnt man eine wirklich tiefe Überzeugung von der Zuverlässigkeit Buddhas als Lehrer. Da Buddha sich auf den Gebieten als zuverlässig erwiesen hat, die sich mittels logischer Überlegungen untersuchen lassen, ist es begründet, seinen Aussagen bezüglich anderer verborgener Zusammenhänge zu vertrauen. Die Zufluchtnahme zu den drei Kostbarkeiten erhält ihre volle Bedeutung daher durch die Zufluchtnahme zum Dharma. Frage Warum nimmt man während einer Zeremonie oder eines Rituals Zuflucht, wenn man es genauso im eigenen Herzen tun kann? Seine Heiligkeit der Dalai Lama Im Buddhismus gibt es eine ganze Reihe von Verpflichtungen oder Gelübden, wie zum Beispiel die Bodhisattva Gelübde, die Tantrischen Gelübde, die Pratimogsha Gelübde oder die Klösterlichen Gelübde, die Laien Gelübde und so weiter. Es heißt, dass man die Bodhisattva Gelübde vor einer Repräsentation des Buddha nehmen kann, beispielsweise vor einer Statue oder einem Bild und dass es nicht nötig ist, sie vor einer lebenden Person zu nehmen. Die Gelübde des Vajrayana, des Diamantenen Fahrzeugs, wie der tibetische Buddhismus genannt wird, und die Pratimogsha Gelübde, jedoch muss man vor einem lebenden Meister nehmen, da die Übertragung nicht unterbrochen werden darf. Vielleicht ist einer der Gründe dafür, dass man sie vor einem lebenden Meister nimmt, der, dass man sie stärker verpflichtet oder auch gebunden fühlt, wenn man die Gelübde in der Gegenwart eines Meisters genommen hat. Es verstärkt den Eindruck im eigenen Bewusstsein, weil man ein persönliches Versprechen abgegeben hat. Wenn sie noch weitere Begründungen wissen möchten, müssten wir diese Frage allerdings dem Buddha selbst vorlegen. Frage Wenn wir eine Person sehen, die dabei ist, etwas Falsches zu tun, das ihr in der Zukunft Leid verursachen wird, sollten wir dann versuchen, sie davon abzuhalten oder würden wir dadurch in ihr Karma eingreifen? Mit anderen Worten, ist es besser für uns, unser Karma zu erfahren, damit wir daraus lernen können? Seine Heiligkeit der Dalai Lama Eine Person, die den Dharma praktiziert, folgt vorsätzlich einem Lebensstil, der darauf ausgerichtet ist, anderen zu helfen. Helfen bedeutet nach buddhistischem Verständnis, anderen dabei behilflich zu sein, die eigene Befreiung zu finden, und zwar durch Befolgen eines das Gesetz von Handlung und Resultat berücksichtigenden Lebensstils, indem man also negative Handlungen vermeidet und heilsame durchführt. So ist es für einen Buddhisten im Allgemeinen angebracht, eine Person, die dabei ist, etwas Unheilsames zu tun, davon abzuhalten. Das wirft aber auch die Frage auf, inwieweit wir unsere eigenen Moral- und Wertvorstellungen anderen aufdrängen können, oder ob Buddhas Anweisung an seine Schüler ihr Leben entsprechend der Ethik des Vermeidens der zehn unheilsamen Handlungen zu führen, nicht auch eine Art ist, uns seine Vorstellungen aufzuzwingen. Hier ist es nützlich, sich in Erinnerung zu rufen, dass im Buddhismus immer die Notwendigkeit betont wird, die Situation des Einzelnen zu berücksichtigen. Es gibt eine Geschichte, die diesen Punkt veranschaulicht. Shariputra, einer der Hauptschüler Buddhas wusste, dass 500 potenzielle Schüler durch die grundlegenden Unterweisungen über das Shravakayana zweifellos Einsicht in die Wahrheit erlangen und den Zustand der Ahardschaft erlangen würden. Der Bodhisattva Manjushri jedoch intervenierte und führte die 500 Zuhörer stattdessen in die Leerheit entsprechend dem Mahayana ein. Sie fassten diese Lehre als vollständigen Nihilismus auf, der die Gültigkeit und Existenz aller Dinge verneint, entwickelten falsche Auffassungen bezüglich der Natur des Weges und der Wirklichkeit und führten in der Folge karmische Handlungen aus, durch die sie in niedere Bereiche fielen. Shariputra begab sich deswegen sofort zum Buddha und argumentierte, dass die 500 vielleicht nicht zur vollen Erleuchtung aber zumindest doch zu höherer Einsicht gelangt wären, wenn sie seine Unterweisungen erhalten hätten. Darauf erwiderte Buddha, Manjujri habe ein geschicktes Mittel angewendet. Er wusste sehr wohl, dass diese Gruppe aufgrund falscher Ansichten kurzfristig negative Handlungen begehen würde, aber er wusste auch, dass durch die Lehre von der Leerheit ein Same in ihren Bewusstseinsstrom eingepflanzt worden war, der später zur Reife kommen und sie zur vollen Buddhaschaft führen würde. Tatsächlich also hatte er ihren Weg zur Buddhaschaft abgekürzt. Das Fazit der Geschichte Es ist für uns sehr schwierig abzuschätzen, was in einer bestimmten Situation richtig und was falsch ist. Frage Eure Heiligkeit Es ist bekannt, dass sie eine sehr beschäftigte Person sind und wenig Zeit haben. Können sie Laien mit Familie, Arbeit und vielen anderen Verpflichtungen einen Rat geben, wie man dennoch eine einigermaßen regelmäßige Dharma Praxis entwickeln kann? Seine Heiligkeit, Herr Dalai Lama Meine westlichen Freunde fragen mich oft nach der schnellsten, leichtesten, wirkungsvollsten und einfachsten Methode der Anwendung des Dharma. Aber die gibt es nicht. Der Dharma sollte eigentlich 24 Stunden am Tag praktiziert werden. Deshalb wird zwischen eigentlichen Meditationssitzungen und den Zeiten danach oder zwischen den Sitzungen unterschieden. Sowohl während einer Sitzung als auch in den Zeiten dazwischen sollte man nicht aufhören, den Dharma anzuwenden. Tatsächlich sind die Zeiten zwischen den Sitzungen der eigentliche Test. Hier zeigt sich, welche Kraft die eigene Praxis hat. Während der Meditationssitzung lädt man gewissermaßen seine Batterien frisch auf, damit man nach der Sitzung für die Anforderungen des Alltags besser gerüstet ist. Warum lädt man eine Batterie auf, damit etwas anderes besser damit läuft, nicht wahr? Ähnlich ist es mit uns. Wenn wir uns in unserer Meditationssitzung mit allem Nötigen versorgt haben, sollten wir in der Lage sein, mit der unausweichlichen Routine des täglichen Lebens, dem Dharma gemäß umgehen zu können. Natürlich brauchen wir am Anfang unbedingt Zeiten konzentrierter Meditation. Sie sind das Fundament, auf dem wir stehen. Sobald diese Grundlage jedoch einmal gelegt worden ist, werden Sie in der Lage sein, die täglichen Aktivitäten mit den Grundsätzen des Dharma in Übereinstimmung zu bringen. Aber es ist wichtig, sich anzustrengen. Ohne Anstrengung ist es unmöglich, die Grundsätze des Dharma in unser Leben zu integrieren. Ein ernsthaft Praktizierender muss die größtmögliche Anstrengung unternehmen. Einfach nur ein paar kurze Gebete zu sprechen, ein bisschen zu singen und ein paar Mantras mit der Mala zu rezitieren, reicht nicht aus. Warum nicht? Weil es den Geist nicht umwandelt. Unsere negativen Emotionen sind so außerordentlich stark, dass es einer ununterbrochenen Anstrengung bedarf, um ihnen entgegenzutreten. Nur wenn wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, werden wir etwas verändern. Aber dann ganz sicher. Frage In welcher Beziehung stehen relatives und absolutes Erbarmen zueinander. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama. Mitgefühl oder Erbarmen hat im Mahayana und Vajrayana unterschiedliche Bedeutungen, obwohl beispielsweise im Vajrayana das gleiche Wort Karuna für Erbarmen verwendet wird, wie im Mahayana. Vielleicht bezieht sich die Frage aber auch auf einen anderen Unterschied, der den Schriften bezüglich der zwei Stufen des Erbarmens gemacht wird. Auf der ersten Stufe wird Erbarmen nachgeahmt. Man führt eine Reihe von Übungen durch, die einem helfen, Erbarmen zu erzeugen. Indem man sich wiederholt sich wiederholt in dieser Art des Denkens schult, gelangt man zur zweiten Stufe, auf der das Erbarmen spontan und natürlich auftritt. Dies ist eine der Möglichkeiten, den Unterschied zwischen relativem und absolutem Erbarmen zu verstehen. Erbarmen